Wilhelm Kamphausen war ein deutscher Militär- und Schlachtenmaler. Weitere wichtige Vertreter der Schlachtenmalerei, die im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte, waren neben Kamphausen sein Schüler und Kollege Emil Hünden sowie Adolf Menzel und Georg Bleibtreu-Leben. Kamphausen absolvierte eine Zeichenausbildung bei Alfred Rittel und trat im Jahr 1834 in die Düsseldorfer Akademie ein und wurde Schüler von Karl Ferdinands Sohn. Seine Militärzeit, die er bei den Husaren absolviert hat, prägte sein zukünftiges Leben, er blieb sein ganzes Leben der Militärmalerei verbunden. Nachdem er 1850 die Düsseldorfer Meisterklasse von Friedrich Wilhelm von Schado absolviert hatte, malte er zunächst historische Schlachtenszenen, die durch ihre realistische Detailausgestaltung auffielen. Große Bekanntheit verdankt er seinen Reiterportriss von Kaiser Wilhelm Friedrich II. und dem großen Kurfürsten. 1859 wurde Kamphausen zum Professor an der Kunstakademie ernannt. Kamphausen nahm als Armeemaler am Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 teil. Einer seiner Schüler war der Schlachtenmaler Hermann Deboer, ein weiterer Emil Hünden, mit dem er auch später kollegial zusammenarbeitete. Verheiratet war Wilhelm Kamphausen seit 1844 mit Antoni Gabriele Charlotte, Tochter des Mediziners Carl Eduard Niemeyer. Deren Schwester Marianne Wilhelmine Niemeyer Immermann-Wolf war in erster Ehe verheiratet mit Karl Leberecht Immermann. Wilhelm Kamphausen wohnte mit Familie Jägerhofstraße Haus Nummer 9, wo er auch verstarb. Werke, Prinzzeugen bei Belgrad, Gottfried von Bouillon in der Schlacht bei Ascalon, Blüchers Rheinübergang bei Kaub, Begrüßung Blüchers und Wellingtons nach der Schlacht bei Bälle Allianz. Zum letzten Feste des Malkasten im alten Vereinslokale, Ratingerstraße Nummer 3, Wurst-Düsseldorf 1865, Erstürmung der Düppeler-Schanze, Gedächtnisrede zur Totenfeier für Karl Sohn im Galeriesaale der König-Kunstakademie zu Düsseldorf am 15. Dezember 1867, ein Gedenkblatt auf das Grab seines alten Lehrers und Freundes. Wurst-Düsseldorf 1867, die Erstürmung der Insel Alsen durch die Preußen. Festrede zum 25-jährigen Stiftungsfeste des Künstlervereins Malkasten am 9. Juli 1873, Düsseldorf. France 1873, digitalisierte Ausgabe. Napoleon III. und Bismarck auf dem Weg zu Wilhelm I. am Morgen nach der Schlacht von Sedan. Götz von Berlichingen im Bauernkriege. Friedrich II. nach der Schlacht bei Kolin. Fürst Otto von Bismarck während des Krieges 1870-71. Illustrationen, digitalisierte Ausgaben der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. 1870 und 1871, zwei Jahre deutschen Heldentams von Gustav Höcker. Mit 114 Illustrationen nach Originalzeichnungen von W. Kamphausen C. Horn C. H. R. S. L. U. A. und 12 Karten und Pläne. Glogau, Flemming, 1872, B. L. I. V. 392, S. B. L. Z. L. R. I. K. T. Digitalisierte Ausgabe. In Album deutscher Kunst und Dichtung. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen der Künstler. Ausgeführt von R. Brenda Moore, H. S. G. Friedrich Bodenstedt, Berlin, Grote 1867. Digitalisierte Ausgabe. In Arabesken, von Gustav Zuputlitz. Illustriert von Wilhelm Kamphausen. Berlin, Dunker 1854 B.D. Erste digitalisierte Ausgabe. In Aquarelle Düsseldorfer Künstler, den kunstsinnigen Damen gewidmet, Düsseldorf. Arndt und M. Komp 1861. Englische Ausgabe Aquarelles of Düsseldorf Artists. Düsseldorf, Arndt und M. Komp 1852. Digitalisierte deutsche Ausgabe. Digitalisierte englische Ausgabe. In deutsche Dichtungen mit Randzeichnungen deutscher Künstler. Düsseldorf bei Deuss 1843. Digitalisierte Ausgabe. Döring August. Deutsche Kernlieder aus dem Franzosenkriege Berlin. Grote 1871. Digitalisierte Ausgabe. In deutsche Sprüchwörter und Spruchreden in Bildern und Gedichten. Düsseldorf, Arndt und M. Komp 1852. Digitalisierte Ausgabe. In Eichroth, Ludwig. Deutsches Knabenbuch 100 Gestalten in Wort und Bild. La Schaumburg 1864. Digitalisierte Ausgabe. In Düsseldorfer Bildermappe. Originalzeichnungen Berlin. Grote 1866. Digitalisierte Ausgabe. In Hovitt Mary Boeheim. The Düsseldorf Artists Album. Düsseldorf, Arndt und M. Komp 1854. Digitalisierte Ausgabe. In Düsseldorfer Liederalbum. Sechs Lieder mit Piano-Fortebegleitung. Düsseldorf, Arndt und M. Komp 1851. Digitalisierte Ausgabe. In Entrulat Bernhard. Ein kaiserfestem Malkasten zu Düsseldorf und elf in Holzschnitt ausgeführten Originalzeichnungen Düsseldorf. Was 1878 digitalisierte Ausgabe. In Bund Ludwig. Lieder der Heimat. Eine Sammlung der vorzüglichsten Dichtungen im Bilderschmucke deutscher Kunst. Düsseldorf Breidenbach 1868. Digitalisierte Ausgabe. In Märchen und Sagen für Jung und Alt. Düsseldorf, Arndt und M. Komp. Was 1857. Band erste digitalisierte Ausgabe. Kamphausen, Wilhelm. Ein Maler auf dem Kriegsfelde. Illustriertes Tagebuch. Bielefeld, Fehlhagen und M. Klassing. 1913 digitalisierte Ausgabe. Wurzbach Konstantin von. Der Page des Kaisers. Ein Gedicht von der Treue. Düsseldorf, Arndt und M. Komp. 1854 digitalisierte Ausgabe. In Diethof e. Vom Rhein. Bilder und Geschichten aus alter und neuer Zeit. Leipzig Payne 1871 digitalisierte Ausgabe. Washington Irving. Auswahl aus seinen Schriften. Illustriert von Henry Ritter und Wilhelm Kamphausen. Leipzig-Borkhaus 1856. Digitalisierte Ausgabe. In Weihnachtsalbum Düsseldorf. Arndt und M. Komp. 1853 digitalisierte Ausgabe. Kostüme aus dem 16. und 17. Jahrhundert sowie aus dem Mittelalter. Digitalisierte Ausgabe. Kostüme aus dem 16. Jahrhundert. 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 Kostüme aus dem 16. Jahrhundert.